Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung verherrlicht Drogen. Also Alkohol. Daniela Ludwig von der CSU meint, ja, unter bestimmten Bedingungen ist Saufen ganz okay. Der Deutsche Handverband ist traditionell einer ihrer größten Kritiker und dreht natürlich am Rad. Was meint die da? Vielleicht gibt es auch den bestimmungsgemäßigen Gebrauch nur bei der CSU in Bayern. Vielleicht muss man Trinktest machen, um Mitglied zu werden. Hohoho, große Aufregung und eine öffentliche Anfrage an Daniela Ludwig. Wie steht sie denn nun genau zu Alkohol? Sie antwortet. Allerdings, was sie antwortet, das sorgt noch einmal für Ärger für sie. Hält ihr Ministerium oder die Bundesregierung es für angemessen, wenn die Drogenbeauftragte Bürgeranfragen einzig und allein durch die Übersendung eines Heinz-Erhard-Gedichtes beantwortet. Ja, die Drogenbeauftragte antwortet auf eine ernste Frage über Alkoholmissbrauch mit Einem jahrzehntealten Sauf-Gedicht. Ich bin Philipp Walulis und jetzt zeigen wir euch, wie sich die Drogenbeauftragte am Wochenende zum Affen gemacht hat und was zur Hölle das für ein Gedicht ist. Habe ich Saufi gehört? Ja, du hast Saufi gehört. Habe ich Saufi gehört? Ja, du hast Saufi gehört. Saufi, Saufi, noch zehn Bier holst. Drogen. Die gemischte Tüte für Erwachsene. Daniela Ludwig ist die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und immer für einen lockeren Spruchgut. Wie dieser flotte Vergleich aus der Drogenküche. Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay? Was für ne geile Logik. Nach der gilt auch, nur weil Dieselmotoren die Umwelt verschmutzen, ist Fahrradfahren kein Penicillin. Okay? Überhaupt. Generell scheint Ludwig gegen Rauchen zu sein. Egal ob Brokkoli, Cannabis oder eben Tabak. Härtere Maßnahmen gegen Tabakwerbung. Gibt ein Like von Ludwig. Aber dann ging's los. Missgünstige Twitter-Menschen haben darauf schnippisch gefragt. Ja, und Alkohol wird nicht verboten, weil... Schon wieder der verdammte Alkohol. Der Threat nimmt für Ludwig dann einen verhängnisvollen Verlauf. Erst antwortet ein Ortsverband der Jungen Union. Das Hauptargument gegen Zigaretten ist das Passivrauchen. Ludwig ergänzt. Und dass Zigaretten selbst bei bestimmungsgemäßen Gebrauch Gesundheitsschäden auslösen im Gegensatz zu Zucker oder Alkohol. Was zum Teufel ist denn bestimmungsgemäßer Gebrauch von Alkohol? Hier, Partytourismus. Ganz klar. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Oder Feiern auf dem Oktoberfest. Bestimmungsgemäßer Gebrauch. Das hier hingegen. Kein bestimmungsgemäßer Gebrauch. Sofort verbieten. Also eher doof, das Statement von Ludwig. Die so wenig wie ein Pirmasenser-Pilz prickelnden Reaktionen darauf. Da verschlägt es mir doch die Sprache. Sponsored bei Paulan Ertinger Becks jeweils ITC. Als öffentlich-rechtliche Sendung müssen wir natürlich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es noch andere Hersteller von Kackbieren gibt. Vernichtende Reaktionen auf einen mittelguten Post. So was lässt sich oft vermeiden, wenn jemand doch mal drüber schaut, bevor man sowas postet. Und wie ist das so generell bei Frau Ludwig? Es steckt viel Eigenleistung in meinen Social-Media-Accounts. Komplett selber mache ich Twitter. Instagram mache ich zu 90 Prozent selber. Ja, aber wenn man es nicht kann, dann stolz sein, dass man es selber macht. Das ist eigentlich immer scheiße, weil man es nicht kann und nicht selber machen sollte. Und noch was. Verharmlost Frau Ludwig der Alkohol? Ja, übel. Aber immerhin verantwortungsvolle Menschen sagen zu dem Thema. Was mir schon Sorge bereitet, weil ich die Hoffnung hatte, da kommen wir jetzt irgendwann drüber, ist das Thema rausstricken. Man hat es auch mal Komasaufen genannt. Tja, und davor hieß es Oktoberfest. Sie sagt aber also erst, Alkohol ist böse, böse, böse. Und dann verharmlost sie ihn. Dabei sagen Experten, neue Studie bestätigt, es gibt keinen unbedenklichen Alkoholkonsum. Ja, aber es gibt leckeren. Hier, fünf Liter bestimmungsgemäßer Gebrauch. Die Bestimmung übles Aufstoßen fürchterlicher Kater und krasser Würdeverlust. Aber bin ich Experte? Im Gegensatz zu Daniela Ludwig. Ihre Aussage, bestimmungsgemäßer Gebrauch, klingt im Licht der Studie etwas komisch. Wird auch bei Abgeordnetenwatch gefragt. Ist Ihnen diese Studie bekannt? Wenn ja, haben Sie dann eine andere Auffassung und oder Quellen, die besagen, dass bestimmungsgemäßer Gebrauch von Alkohol harmlos ist. Ja, eine völlig legitime Anfrage. Und wie reagiert unsere Brokkolibeauftragte darauf? Sehr geehrter Herr Neuchel, ich antworte mal mit einem Gedicht von Heinz Erhardt. Und da schon einmal kurz Stopp. Da fängt nämlich das Problem schon an. Auf eine ernste Anfrage mit einem Boomer-Humorgedicht antworten. Wer ist sie denn? Meine WhatsApp-Familiengruppe? Das Gedicht ist übrigens das hier. Man trinke Schnaps stets nur zum Essen, das Bier dazu soll man vergessen. Und ob in Kneipe oder Haus, man lasse immer einen aus. Wenn man das ganz genauso tut, dann fährt man stets auch Auto. Gut. Haha, gute Faustregel. Zumindest in den 60ern. Jetzt ist das Gedicht aber aus Drogenbeauftragten-Gründen eher schlecht gewählt. Heinz Erhardt war nämlich eher Mitglied im Club der Bachus-Freunde. Also er mochte Alkohol. Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Gefährlich. Hatten Experten sogar einen eigenen Begriff dafür. Man hat's auch mal Koma-Saufen genannt. Gut, das war jetzt Erhards Filmrolle. Aber sein Sohn hat mal über ihn gesagt, wenn er ins Rampenlicht musste, trank er sich mit einem doppelten Dodo, einem Dorn-Kat, Mut an. Tja, bei diesem Konsum kein Wunder, dass die Dodos ausgestorben sind. Außerdem blöd für Ludwig, das Gedicht zu wählen? Es ist eine Stallvorlage für den Deutschen Hanfverband. Denn der sagt, Alkohol und Cannabis sollen gleich behandelt werden. Und interpretiert das Gedicht im Sinne von Ludwig. Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Alkohol ist es, einfach jedes zweite Glas auszulassen. Dann ist Alkohol nicht gesundheitsschädlich und man darf Auto fahren. In der Führerscheinprüfung bin ich mit der Antwort durchgefallen. Natürlich ist es ein bisschen lächerlich, bei einem Gedicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Findet auch Ludwig. To whom it may concern. Lyrik ist frei. Gedichtsinterpretation auf Subjektiv. Poesie erfordert Nachdenken. Poesie erfordert Nachdenken. Ist übrigens auch das Unterarm-Tattoo von Jizzes. Aber wenn Gedichte so toll sind, dann probieren wir das doch auch mal. Sie heißt Daniela Ludwig und der Schwerpunkt ihrer Arbeit ist der Umgang mit Berauschendem. Alkohol und Cannabis. Sie lebt unter der Reichstagskuppel, die rund ist wie Globuli. Wie ihr äußerst wichtig ist. Ist Cannabis kein Brokkoli. Kein harmloses Kraut. Darum gibt's verbale Dritte. Denn... Wir haben zwei Volksdrogen. Ich brauch keine Dritte. Alkohol dagegen. Sorge auch dafür, dass einem behakt. Und deswegen gibt es Alkohol... Ihre Aussagen, die bringen sie nun heftig in Bedrängnis. Denn ihr Tweet, der führte überall... ...zu hohem Unverständnis. Und was bleibt einem jetzt übrig in der Misere dieser Form? Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. Wie schön. Das Land der Dichter und Denker. Zumindest solange rechtlich alles in Ordnung geht. Denn Daniela Ludwig hat ihre lyrische Antwort wieder gelöscht. Aus urheberrechtlichen Gründen wurde das hier ursprünglich ausformuliert dargestellte Gedicht von Heinz Erhardt, die Kunst des Trinkens, auf Bitten des Büros von Frau Ludwig entfernt. Und ja, das Gedicht ist lustig. Und war von Ludwig auch lustig gemeint. Aber bei einer ernsten Frage zu Alkohol wäre eine klare Antwort schon besser. Und nichts flapsiges. Von Politikern will ich keine locker lustigen Antworten. Ich meine, damals beim Mauerfall gab es auch eine Pressekonferenz und kein Wandtattoo. Obwohl das eigentlich gar nicht so schlecht aussieht. Was meint ihr? Was Daniela Ludwig da macht? Ist das bestimmungsgemäßer Gebrauch des Amts der Drogenbeauftragten? Oder verhält sie sich wie Brokkoli? Unter uns Bierkonnoisseuren kann ich den Walulis Sein Daily Kanal nur empfehlen. Deshalb abonnieren und die Glocke drücken. Und auch mal bei unseren Funk-Kollegen reinschauen vom Y-Kollektiv. Die haben ein super Video gemacht über Drogentrips. Das ist doch spannend. Und ich habe jetzt weiter meinen eigenen. Hier in dieser Pfütze. Tschüss. Öl geht's. Noch ein bisschen was. Amworkers sind jetzt in der Pfütze. www.btist.de Das ist doch gar nicht. Ich habe mich. Und wir müssen die Pfütze. Ich habe ihn. Ugh.